Dieses Jahr steht der Kongress unter dem Motto Wirtschaft sucht Nachwuchs – Bildungskonzepte für das Bergische Land. Mein Name ist Daniel Jung, ich habe heute ein Keynote gehalten über New Learning als Schlüssel für Aus- und Weiterbildung. Es ging vor allen Dingen darum, kurze Erklärvideos zu nutzen, um kleine Wissenslücken zu schließen, soziale Netzwerke zu nutzen wie YouTube, aber auch TikTok, um die Jugend zu erreichen, um ihnen dort einen Mehrwert zu geben und allgemein Lerntechniken, die zukunftsorientiert sind, sodass man wirklich die Zukunft mitgestalten kann. Wir müssen nach wie vor aufpassen, dass sich das Image des Bergischen Städte Dreiecks so stabilisiert, dass wir ganz viele Absolventen in der Region halten können. Wir haben Service-Learning-Veranstaltungen in allen Fakultäten, wo eben die Dozentinnen und Dozenten mit den Studierenden in die Praxis gehen. Wir brauchen Lehrer, die auch pädagogisch, didaktisch, fachbezogen wirklich top qualifiziert sind. Und da geht es darum, dass die Kids einen vernünftigen Schulabschluss bekommen und danach ausbildungsfähig sind. Die Dmitriebsen, die D переumblesen, muss sch一樣 werden. Und ich sage mal, dass Sie sich nicht diskutieren, wenn nicht sind. Deshalb sind die própstenábliche realmente Qualifikation an.